Wer kennt's nicht? Man gründet seinen ersten YouTube-Kanal, bekommt den ersten Abonnenten und dann kommt ein Abonnenten-Special. Ich habe einen Abonnenten-Wow! Was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns ein Abonnenten-Specials an von Leuten, die Unterstützung benötigen. Dieses Video sollte keinen verletzen und keinen angreifen. Wow! Also, irgendwie hört sich der Typ an wie die Katze meiner Oma. Wow! Ja, und das war auch schon das ganze Abonnenten-Special. Mein Name ist Alex und... Jo, Leute, was geht's? Mein Name ist Lüppix und... Und wer mich... und wer es weiß, dass ich einen Abonnenten... der kann mal auf Face... Achso, erst mal vergessen, wie die Plattform heißt. Facebook. Auf WhatsApp. Hä? Wie kommt man jetzt bitte von Facebook auf WhatsApp? Digga, ich bin, glaube ich, auch gleich das Video, das ist mir einfach zu schlagen, weil ich schlaf gleich ein. Bei Alex Power einfach eingeben und vielleicht... wer jetzt auch in mich... Was kann ich eigentlich dazu sagen? Danke für ein Abonnent. Das hat mich sehr weitergeholt. Ich glaub nur... Ja, das ist halt genauso, wenn ihr in einen leeren Raum reinredet und sagt, jo, danke für ein Abonnent. Und keiner ist da. Weißt du, was ich mir davon geholt hab? Weil ihr gesagt, das hab ich mir gekauft. Da waren smarts. Dann hab ich schon auch drauf. Okay, er kauft sich eine Zuckerstange, die was keine Zuckerstange ist, aber eine aus Plastik bestehende Zuckerstange. Okay, eigentlich ist es doch eine Zuckerstange. Ich nehm's zurück. Und das alles für ein Einabonnenten-Special. Natürlich. Schulstoff. Nehmt euch auf jeden Fall kein Vorbild an den. Schule ist wichtig, Kids. Yo, yo. Hallo, liebe Leute. Und willkommen zu einem neuen Video. Wie alt ist der Typ? 8, 9? Ich habe Pyjamas an, weil es nacht ist. Aber ja, lassen wir's. Du hast Pyjama an, weil es nacht ist? Bro, du solltest schlafen und keine YouTube-Videos machen. Vielen Dank. Ich wünsche euch eine schöne Ferien noch. Und danke für einen Abonnenten. Jo, Digga, wir haben dir gerne einen Abonnenten gegönnt, Digga. Ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute. Und danke, dass du mir alles Gute wünschst für die Ferien oder für die Ferien, die was noch anstehen werden bei mir. Ich weiß nicht, die ganzen Deutschen von euch, die haben schon alle Ferien. Ich noch nicht in Österreich. Ähm, wir haben erst nur ein Abo. Nur ein Mensch hat abonniert. Und du willst also, dass ich dich abonniere wegen dieser Video-Qualität? Drück kurz drauf und ihr habt alle Jahre Glück. Okay, warte. Ich werde jetzt hier auf deinen Abonnieren-Button klicken und dann habe ich angeblich alle Jahre Glück. Wenn das stimmt. Ja, wenn ihr Fortnite-Clips sehen wollt, macht bei diesem Video einen Daumen nach oben und schicke ich meine Fortnite-Clips hier hin. Okay, aber eine Frage. Wenn ich jetzt keine Fortnite-Clips sehen will, muss ich jetzt einen Daumen nach unten geben? Ich will euch irgendwas sagen. Ich hab das letzte Video für diese Woche hochgeladen. Also irgendwie tut mir dieser 5-Jährige leid. Bitte, Like, Glocke, Abo. Ich hab noch nicht mal ein Abo. Fast nicht mal ein Like. Oh mein Gott, Leute. Ich schaff fast nicht mal ein Like. Ich schaff nur einen halben Like. Aber das ist kein Like. Das ist nur ein halber Like. Wofür mach ich das? Ich hab meinen Hintergrund auf dem Kanal gewechselt. Bitte. Gönnt dem Bruder mal ein paar Abos. Link in der Beschreibung. Jetzt kommt zum neuen Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Und mir fehlt noch ein Abonnent. Okay, ich hab dich abonniert. Dir fehlt kein Abonnent mehr. 15.000 Abonnent. Also eigentlich hat er gerade 14.000 Abonnenten, aber okay. Wie man sieht, ist hier mein Handy? Nee, Digga. Ich seh hier nur eine Zahnbürste. Okay, man sieht das gar nicht, hä? Ja, überleg mal. Gute Frage. Vielleicht, weil die Sonne zu hell ist? Ich bin hier auf meinem Kanal. Ich brauch noch ein Abonnent. Bitte abonniert mich. Bitte. Bitte abonniert mich. Okay, ich hab mein Abo wieder zurückgezogen bei Ihnen. Ich will einfach mal sagen, dass er lag da unten ein Abo. Bitte abonniert mich. Ich brauche nur noch eine Abonnent. Bitte, bitte. Ja, Leute. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich das Video. Keine Ahnung. Ich sitz schon den ganzen Nachmittag dran und ich hab keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Und ja, man sieht es im nächsten Video, das hoffentlich auch länger ist. Ciao, ciao. Haut rein. Wir sehen uns nächstes Mal. Wir sehen uns nächstes Mal.